Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit über 70 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus. Ohne Wenn und Aber. Auch Stapler, Ladekran oder Gefahrgutfahrer. Gerne auch mit AZAV Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer. Bei uns sind Sie richtig. Profitieren auch Sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gerne unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt Sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Loma. Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Verwaltung der Stadt Loma hat der ADFC Bonn-Rhein-Sieg die Ergebnisse des Fahrradklimatests für Loma vorgestellt. Mit einer Gesamtnote von 3,7 liegt Loma beim Fahrradklimatest 2018 im kreisweiten Vergleich hinter Meckenheim auf dem zweiten Platz. In Loma haben sich 128 Fahrradfahrer beteiligt. Deutlich mehr als bei der vergangenen Befragung 2016. Das Amt hat der diesmalige Fahrradklimatest gezeigt. Die Menschen interessieren sich viel mehr fürs Radfahren. Es haben viel mehr Leute teilgenommen. Die Teilnahmewerte haben sich in Loma fast verdoppelt. Und so scheint auch das Interesse uns entgegenzukommen. Für die Stadt Loma ist das Thema Radverkehr für die Politik und Verwaltung ein wichtiges Dauerthema. Von daher gesehen sind wir optimistisch, dass wir die Dinge, die bemängelt wurden, auch angegangen werden können. Zum Beispiel die Parken auf den Bürgersteigen bzw. den Fahrradwegen. Es geht darum, Fahrradfahren in Loma soll Spaß machen und auch sicher sein. Trotz berechtigter Anforderungen der Radfahrenden konnte die gute Bewertung für die fahrradfreundliche Stadt Loma gehalten werden.